Da ist auch einer, Miro. Der steht links und aimt. Leute! Hallo Leute, ich bin der Miro und wir beginnen die heutige Folge mit einem Clip, in dem ich Laien einen richtig schönen Wall-Brain gebe. Und heute sind unter anderem auch Zuschauer in meinem Team und unter anderem auch im Gegner-Team. Wenn ihr selber mal dabei sein wollt, dann seid beim Twitch-Stremen mit dabei. Link dazu unten in der Beschreibung. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Los geht's! Finker ist drauf. Hab sie? Hab Finker? Ich bin entdeckt, Chico. Da war Sledge. Ja, ich aim ab. Sledge war drauf. Ja, der wirft die Granaden durch. Schau, du. Das ist mega low. Nice. Entschuldigung. Ich seh keiner vor. Oh! I knew it! Ja, ich werd gepusht. Warum werd immer ich gepusht, Mann, ey? Echt Garage und am Dropper von der Garage hat mich auch einer abgeaimt. Das ist so lächerlich, Mann, ey. Dann noch Finker. Damit du bloß auf Schuss halten kannst. Kann mir jemand sagen, ob jemand über Kantine kommt? Ja, aber Mist. Äh... Twitch ist schon von der Double-Door rechts. Piekt rein. Von Weitem, von gerade. Das Double-Door so quasi. Vielleicht kriegen sie die einmal. Oh boy. Sit down, Bitches! Auf den Main-Stairs ganz oben. Nach frischem Schlafzimmer. Hat kassiert. Schön. Ich hab die Hibana gehabt. Jungs. Unten? Gilt der Versammlung, hallo? Kommt wieder nach hinten. Backstairs. Schicko? Ne, wer ist noch? Da. Ich bin tot. 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 Schönes Ding. Die Bannheim hier. Mhm. Habt ihr gesehen? Besserwinde. Tod. Nice. Mortatela-Jango. Trick. Leggen die Cam. Back in. Korn. Ja. Tod. Turmair tot. Kazoi. Geht nichts mehr auf. Mhm. Ich kann nur callen, wenn die Barbecue-Sares hochkommt. Mainstairs ist ja... Ich bin jetzt on-site. Kazoi. Ich hör jemanden am Fenster bei mir. Ja, am Fenster ist auch einer, Amiro. Der steht links und aimt. Loll. Schönes Ding. Nice. Noch ich. Mainstairs wahrscheinlich. Nice, let's go. Op4 is securing the Container. Op4 has found the bio-hazard container. ach guck dir das ist ein drick dropshot man, rück dich doch mal hol mal antwortwindow kam der schuss her aber so verdient ey, naps man smog, smog nach oben, immer noch schweineram drinne schön miro kann ich mir helfen, ich fuch den randy orton zu randy orton blitz wir verpissen uns hier, ich hab nicht vor den die hatch zu nutzen zu zweit man will dass du den dings wieder so runter abdauern hast wann denn ja ja, kann aber ja mach den schild runter, bist du dumm der hat 8 hp, scheiß drauf, scheiß auf den und die hat nur 15 sekunden jetzt will er sie natürlich anhalten, wird das scheiß auf ihn du musst rein droppen kollege du bist der mit geschickt entschöne miro haha so verdient holz, holz danke hast mir grad mein hoden gerettet in der Tat ist das dein scheiß fucking ernst ich glaub das K.O. können, du hast recht ich hab irgendjemand vorne bei den Trophies geh rein da kennst du nix, ne äh, Witschel bei mir tot äh 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 freaky ich hätte den haben können aber also ich hätt ihn zumindest anhitten können ich bin in deiner Cam also die im Serviceeinkang da seh ich nix legion on spot ok nero hat die 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 äh fuck ganz links chico ah er ist gebrochen läuft alle aus läuft ja der ist bei mir drin oh die ist drin stirb doch mal yellow ist der mensch hab ich den uns halt läuft scheiße yellow yellow ist der der ist down nice nur noch mal mach ruhig mach ruhig verreck mir jetzt hier nicht alleine schaff ich den nicht schau jetzt mal nimm gut schön nice hier korridor von theater ist blitz ja ist jetzt lobby lobby stairs komm stinklin stolz komm ich muss noch mal auf ja gut schluss glaub wo er hat 2 hp 1 0 2 hp ja warte du mal ja ist down schön egal wissen wir wo glass ist lass ihn lass ihn nä Der ist irgendwo gedroppt gerade. Der zieht sich gerade hoch. Vielleicht Mainwindow. Schön. Nice. Hm, einer macht jetzt Druck auf mein Fenster. Ey, Junge, guck mal, das sind nur Campers, Mann. Du bist so ein Junge, ey, du bist so ein Hobby, Mann. Kannst du mich heilen? Ja, hau ab, hau ab, hau ab, hau ab. Wenn du weg willst, geh weg. Ja, einer noch bei mir am Fenster. Kann man so schlecht sein, Mann? Jetzt mal ernsthaft. Guck mal, wo der war. Ich bin die ganze Zeit beleidigt, Alter. Der war in der Versammlungshalle als Termite, hat abgeaimt, da wo der Dropper ist, da. Junge, was stimmt mit dir nicht? Ich war die ganze Zeit laut und hab gewartet. Ich hab die ganze Zeit gewartet, bestimmt halbe Sekunde, äh, halbe Minute oder so. Die ganze Zeit hab ich mich nicht bewegt, er aimt immer noch ab, er macht nix. Junge, Junge, was stimmt mit dir nicht, Alter? Domme, das ist genau deine Spielweise, Alter. Du bist genau so. Das war's dann auch wieder für heute. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und nehmt das Ende auf jeden Fall nicht zu ernst. Nehmt es eher spaßig wie ich. Also, Chico meint das, denke ich mal, auch nicht so ernst. Und besonders auch die Leute, die halt im Gegnerteam waren, in dem Match, fühlt euch nicht zu sehr angegriffen. Und ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend oder whatever ihr gerade habt. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye und ciao.